Das mach ich aber mit dir auch immer, ständig genauso. Da musst du auch mal zurückkriegen. Ja, natürlich. Wieso bist du auf einmal dahin... Wo? Du warst vorhin noch links von mir. Wen hast du da gekämpft? Und auf einer Switch bist du jetzt auf der rechten Seite. Ja, ich bin da hingelaufen. Das wird mir aber so nicht angezeigt. Ups. Tut mir fast leid. Du springst auf einmal wie eine... Hexe von links nach rechts. Ja, eine graziöse Gazelle. Du solltest verbrannt werden. Ich bin aber auch keine Hexe. Da hab ich rote Haare. Da hab ich jetzt aber einfach und deswegen, ne? Ach so. Ab auf dem Scheiterhaufen und so. Du weißt, wie das war. Ja, das war schon immer scheiße. Und auf geht's, ne? Ich steh hier in meiner Ecke eigentlich ganz gut. Ran jetzt hier. Hier muss man Heiltränke wieder hinweisen. Deswegen. Ach ja, ja, ja. Haben wir doch mal ein bisschen Verständnis hier. Öh. Erstmal Heiltränke weglooten und dann sowas. Ich hab doch gar keinen Heiltränk von dir genommen. Ich will einfach nur meckern. So, okay. Immer muss der meckern hier. Da. Okay, ich hab auf Gegend noch nichts passiert. Hm, du stehst einfach nur rum. Ja, DC. Also, ne? Der typische Hamachi schmeiß mich raus. Gag. Hey, den kenn ich. Hm? Mhm. 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 Seh ich da immer noch. Mhm. Gerade hast du einen Time-Opte erhalten. Ah. Nein. Ja. Oh. Hammer. Hamachi mag dich irgendwie natürlich nicht, ne? Jetzt will mein Diablo halt, ne? Dass Hamachi sagt, ne? Ja. Jetzt einfach mal nicht. Wobei wir spielen ja auch selten andere Spiele über Hamachi über so eine lange Zeit, weil ich mich erinnere an ihn. Und damals haben wir immer Minecraft. Minecraft hat das Problem halt auch immer hin und wieder gehabt, ne? Ja. Aber nicht bei mir. Ja, weil du damit inservatest meistens. Bei euch anderen meistens. Bin ich. Und, äh, was war denn sonst noch? Noch irgendwas für Hamachi? Hamachi. Weiß aber nicht mehr, was es ist. So, und ich halte weiter Ausschau nach der Anja. Ja. Anja, wo bist du? Anja. Ich glaub, wenn sie mich rufen hört, dann läuft sie nochmal extra weg. Sie läuft schreit davon. Ja. Und immer noch tiefer in die Höhle. Und immer panisch im Kreis rennen dabei. Nein, tiefer in die Höhle. Bis sie halt in eine Sache kommen. Ja, tiefer in die Höhle und dabei im Kreis rennen. Das zum Schluss, ja. Und dann schreit sie dabei, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Er wandelt wieder unter uns. Genau. Ja. Wow, diese extrem langsamen, äh, Skelette können ja auf einmal ansprinten. Nein. Doch. Nein. Doch. Die sind lerntfähig. Ja, wirklich. Wir werden alle sterben. Nein. Nur ich. Und sie stehen wieder auf. Wer ist denn dann hier, der die reanimiert? Keine Ahnung. Portal. Ach, jetzt will er ein Portal. Kann grad nicht. Portal. Erstmal Gruppe join. Na ja. Hab ich. Geht doch. Hab ich. Meine Güte. Immer nur die halben Sachen machen hier. Immer dasselbe mit denen. Nein, ich hab alles achten, ne? Ja, solltest du aber, ne? Bist dir schon bewusst. Äh. Ich bin mal wieder nett heute. So wie immer. Meinst du? Nö. Nicht wirklich. Und schon gar nicht ernst genommen. Das darfst du aber auch nicht erwarten. Ne. Wow. Poison resistance hier. Klasse. Ja, falls plötzlich mal auf dem Grund einfach... Oh, plötzlich Gift. Ah. Ja, Giftpfützen und sowas. Oder Giftfalle. Das spiert in der Luft das Gift hier. Ja, Gift in ganzen Stückchen. Ja. Lecker Gift Cocktail. Das einzige Gift, was es hier gibt, kommt von mir. Ich dachte von mir. Ne, ich bin der, der giftet. Ich bin auch teilweise... Ne, mein Wortgift. Was ist denn dein Wortgift? Das weiß ich ja auch nicht durch den Bullshit. Hau jetzt hier endlich drauf und hör mal auf. Ich bekomme immer so viel Schaden. Du kriegst überhaupt keinen Schaden. Doch. Du bist ne Memme bist du. Ich brauche ein Pflaster. Ich brauche ein Pflaster. Der fette Babar braucht ein Pflaster. Ich wiederhole. Der fette Babar braucht ein Pflaster. Dies ist keine Übung. Nix. Verdammt. Nie krieg ich mal ein Pflaster. Nein. Hör doch eins mit den Hasen drauf. Du kriegst kein Pflaster auf dein Auerbubu. Aber ich führ ein Pflaster mit den Hasen drauf. Haben wir aber nicht. Nicht schlecht. Du kannst den mit dem lustigen Clown haben. Oder die mit Hello Kitty. Dann nehme ich Hello Kitty. Batman ist auch aus. War gar nicht erst. Warum ist Batman aus? Nein, hab ich gar nicht. Weil die letzten sind alle aufgenommen. Nein, die hat Paul bekommen. Du hast dir das Knie angestoßen und hast in der Ecke gesitzen und geweint. Nein, das warst du. Einfach nur, damit du wieder glücklich bist. Jetzt versucht er wieder, seine Schmerzen auf mich zu projizieren. Ist nicht so. Du hast nur keine Einfälle. Ach so. Du kannst es ja nur nicht kontern. So einfach ist das. Vielleicht bin ich auch einfach nur... Ne, ich hab gar keinen Bock dazu. Ja. Bist mir einfach mental unterliegen. Ja, besonders zu so später Stunden. Ja. Er fängt ja mein Hirn überhaupt erst an, zur höchsten Form aufzusteigen. Er fängt an mit einem großen Gähn. Genau. Mindestens. Ich bin der Halt weggekauft. Du holst jetzt keine Haltregel. Du kämpfst jetzt hier. Zu spät. Verstand. Das kam irgendwie mindestens 30 Sekunden zum Spiel. Okay. Zugkenntnis genommen. Haha. Ich weiß, die machen dir nix. Du hast nur... Ich wollt grad sagen. Das hat nur einen Makel. Mir machen die nicht ganz so viel. Wenn ich jetzt den machen würde so... Hahaha. Das war etwas schlimmer. Ich bin... Eingefroren. So. Siehste? Hat er auch hier, ne? Einmal ist er schockgefrosstet, rennt er gleich weg wie ein feiger Paladin. Und ich will, dass die weglaufen und dich dann angreifen. Ja, 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 ja. Du mich auch richtig. Guck mal, der geht richtig. Den, den lass ich ihn um. Ich lauf einfach weg. Nein. So, jetzt... Ja, jetzt ist er in der Ecke. Komm, jetzt mach ihn down. Wie? Oh. Ja. Bei mir standst du da noch in der Ecke. Frechheit. Ja. So schnell kann's sein. Ja. Merk dir mal wieder, dass er nichts hinkriegt heute. Er kann einfach nichts. Ja, sorry. Die machen einfach zu viel Schaden für mich. Ja, aber warum eigentlich? Weil ich keine kältere Resistenz hab. Warum hast du die nicht? Weil das nirgendwo auf meinen Items drauf ist. Weil hier auch nie ein Scheiß-Drop, der für mich gut ist. Und so weiter. Und bla. Bla auch? Ja. Okay, gegen bla, da kann ich nichts einwenden. Also, ne, bei den allen anderen hätte ich dir jetzt ne, ne, äh, Standpauke jetzt hier gehalten. Aber bei bla, ne, ne, da kusch ich. Ja, süß. Bla ist zu hoch. Bla ist einfach zu viel. Das ist gut. Oh, man, oh, man, oh, man. Zombie-Ambar. Zombie-Brains. Äh. Jetzt mach ich noch 1 bis 24 Lightning-Damage. Jetzt fallen die nur so um. Äh. Merkste? Nee. Knauze. Merk ich nicht die Bohne. Oh. Auch keine Erbsen. Guck mal, ich hau den viel schneller um als du. Guck mal da, du arbeitest da ja noch dran. Ich war aber auch auf deinem fixiert, ne, weißt du, ne? Ehe. Oh. Ja. Außerdem sache ich auch schon gar nicht mehr so wirklich darauf worauf ich eigentlich klicke. Ja, ich kann ja auch einfach nur rein und hau auf irgendwas. Ja, damit ich ja beruhigt, dass ich damit nicht so allein bin. Nee, ich hab hier keinen irgendwie, ich gehe dann immer nach dem, was da am meisten Schaden dann halt. Nur manchmal springt auch so wie jetzt dieser eine Kerl da einfach rein, sodass ich nicht mehr Schaden auf den einen machen kann. Du darfst aber ruhig mitmachen, du musst da nicht noch nicht schlafen. Ja, Moment, ich brauchte erst die Heiltrinke wieder. Und eine Heiltrinke ist schlecht. Bei mich. Bei dich. Bei mich. Nee. Aber der Frozen-Typ ist nur down. Ja, Gott sei Dank. Reicht ja auch irgendwann. Warum ziehst du eigentlich diese Heiltrinke nie mal außerhalb des Kampfes in die Leiste? Tue ich ja. Normalmensch macht. Aber ich verbrauche im Kampf gegen diese Scheißfächer alle die und mehr Leiste. Oh. Interessant. Hast du jetzt wieder auf meinen gehauen? Ich hab nicht drauf geachtet. Aber sonst hätte ich dir jetzt mal sagen können, ich war schneller. Kannst aber auch so ruhig sagen, weil stimmt ja auch. Weiß ich nicht. Ich wollte es einfach nur wissen, weil ich habe jetzt halt diese 1 bis 24 Lightning Damage mit zu. Und dann, äh, kommt so ein bisschen immer noch die Theorie, dass diese Charms vielleicht doch gar nicht so schlecht sind, denn ich trage ja immer noch welche mit mir rum. Hm. So, was kommt denn da noch alles? Keine Ahnung. Kann nicht einfach die Anja da sein? Ne. Wow, die Skelette haben sogar einen Knockback. Oh. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt der Charge war und deswegen der Knockback war. Komm, die gehen doch relativ schnell eigentlich jetzt da und es zieht sich halt nur. Wie ein richtig zähes Kaugummi. Ein bisschen. Da schon drei Wochen lang von fünf verschiedenen Personen durchgekaut wurde. Hm. Dein Sprachzentrum schaltet sich, glaube ich, gleich ab. Ja, das ist schon runtergefahren eigentlich. Okay. Das arbeitet schon nicht mehr voll intakt. Hier sieht's irgendwie nach etwas größerem Raum aus. Mit Kiste. Kiste. Yay, Drops. 140 Gold und scheiß Claymore in blau. Bullshit. Keine Anja. Tja, aber sein können. Bedeutet aber, dass das nicht, dass da nicht aber schon die letzte Ebene, wenn's hier schon so Teile gibt. Ja, eigentlich schon. Die sind doch immer nur unten. Okay, hier ist ein Rahmen auch noch drunter, deswegen hab ich so ganze Schaden. Ja, ich sehe es auch gerade. Haut drauf. Häng den. Das machst du gut. Okay. Blauer Schrott. Wer will denn schon blauer Schrott? Keine Ahnung. Das hab ich mir jetzt mal vorne rein gedacht. Ech, ech, ech. Geht tot, geht tot. So Was so noch auf den Rauf Heiltränke Aller Scheiß Ich hab nur noch 6 Heiltränke Bedeutet kurz Vor äh Oder so Also jetzt gesagt kurz vor der Tante da Weil ich vermute ja irgendwie noch Dass da ein Boss oder so noch mit rumlugert Zumindest ein Rambo oder sowas Würde ich sagen Das meinte ich mit Boss Hast du aber nicht gesagt Das meinte ich trotzdem mit Boss Ich habe Bolzen oder so verkauft für 13 Gold Wie viel Gold hast du eigentlich Im Moment 13.000 Ich sag nicht wie viel ich hab Über 100 wahrscheinlich Nee aber auch 75 Tausend Aber ich hab ja auch fleißig halt So einen Scheiß immer eingesammelt Und hab den verkauft Einfach nur weil Ich wieder Angst habe Dass wir Relativ Viel sterben werden noch Heiltränke gerne hätte Jawohl im Moment hält sich Einigermaßen in Grenzen Das kommt bestimmt noch Ich rechne jetzt mehr so halt Mit dem Letzten Gebiet Vor Bale Und so Und da möchte ich mich diesmal Etwas besser Vor Darauf vorbereiten Als wie beim letzten Mal Aber hat ja auch funktioniert Oder? Ja aber es hätte aber auch eng Denn irgendwann hast du leider keine Mobs mehr Um halt dann Sachen zu kriegen Du müsstest ja tatsächlich nochmal den Server neu starten Und selbst dann hast du noch nicht mal die Garantie Dass du da heile durchkommst Wenn das Gold auf einmal alle ist Ja das stimmt Obwohl kannst du dann eigentlich noch zurückgehen in die Gebiete Ja ne Ja Ja dann geht man zurück und haut sich da dann durch Okay Dann geht das natürlich auch Du musst dir ja quasi Du müsstest ja Um Quasi umzuskillen Musst du ja in den ersten Akt in das Anfangsgebiet wieder hin Und das kannst du hier einfach auch über die Wegpunkte Du hast dann oben ein paar Registerkarten wo du halt zwischen den Wegpunkten des jeweils die Aktes wählen kannst Und dann auf in Akte 1 Und yay Yay Genau Harrecke Ne ist grad schlecht Ich bin aber tot Anja Wo bist du? Johoho Hat das gehört? Ich glaub wir sind da Hm Ich glaub ja nicht Wegpunkt Ein Wegpunkt Warum würde ich sagen Äh Haben wir zumindest einen Wegpunkt? Ist hier falsch? Ja Wir müssen tatsächlich die Ebene über uns Mach das jetzt noch Meinst du? Dann kommt das ja alles nochmal zu machen Ja Okay Folgt mir jetzt Edler Baba Ich bin nicht edel Ich bin ein Baba Unedler Baba So wieso soll ich dir folgen? Dein Weg ist immer länger als meiner Ja 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 Das Aber